Willkommen in der digitalen Welt, in der spannende Gaming-Erlebnisse zum Leben erweckt werden. Mit dem neuen Omen 16 kannst du dein Spielerlebnis auf die nächste Stufe heben. Lasst uns einen Blick auf seine beeindruckenden Eigenschaften werfen. Bildwiederholfrequenz des Omen 16 schafft bis zu 240 Hz und dank der Quad-HD-Auflösung kannst du ein realistisches und vor allem flüssiges Gaming-Erlebnis genießen. Lass dich vom Omen 16 neue Dimensionen des Gamings katapultieren. Dieser Gaming-Laptop bietet dank der neuesten Nvidia GeForce RTX 40 Serie und der Nvidia DLSS 3 Technologie eine unvergleichliche Grafikleistung für die anspruchsvollsten Spiele. Egal ob du einen Microsoft Flight Simulator in den ultra-realistischen Image steigst oder von der atemberaubenden Grafik von unvorstellbaren Fantasiewelten überwältigt wirst, deine KI-gestützte Grafikleistung sorgt für höhere FPS und eine verbesserte Bildqualität. Du hast die Wahl, denn der Omen 16 ist mit der neuen Generation von Intel und AMD Prozessoren erhältlich. Ganz gleich, ob du die Zuverlässigkeit von Intel oder die Leistung von AMD bevorzugst. Und dank des DDR5-Rams gehören Reaktionsverzögerungen der Vergangenheit an. Bewahre auch bei intensiven Gaming-Sessions einen kühlen Kopf dank des innovativen Omen Tempest Kühlsystems. Je nach Modell der Omen 16-Reihe wurden bis zu vier seitliche Belüftungsöffnungen integriert. Bleib mit Freunden in Verbindung, denn dieser Laptop bietet nicht nur eine 1080p-Webcam, sondern ist auch mit der TNR-Technologie ausgestattet, um eine kristallklare Bildqualität zu gewährleisten und dich in den Fokus zu rücken. Mit dem Omen Gaming Hub hast du die volle Kontrolle. Greife auf die Systemwitals zu, passe die Beleuchtung deines Setups an, stelle die Lüftergeschwindigkeit ein und optimiere deine Internetverbindung. Es war noch nie so einfach, dein Spielerlebnis zu verbessern. Der Omen 16 ist mehr als nur ein Laptop. Er ist ein Portal zu unbegrenzten Gaming-Möglichkeiten. Tauche ein in eine Welt atemberaubender Grafik, nahtloser Leistung und präziser Steuerung. Bestelle jetzt im HP Store und genieße eine kostenlose und schnelle Lieferung.